Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Serie Kurz Erklärt. Heute geht es sich um die Dichte bzw. den Salzgehalt in unseren Becken. Was alles damit zusammenhängt, wie ich das Ganze messen kann, warum, weshalb, wieso, das erzähle ich euch gleich. Ja Leute, der Salzgehalt bei uns im, bei unseren Meerwasserbecken ist, pauschal gesagt, das ist eine der wichtigsten Kennziffern, Kennzahlen, die wir im Endeffekt haben. Weil, egal womit wir das messen, kommen wir gleich zu, er zeigt uns an, die Menge der gelösten Salze, aller Salze in unserem Becken. Und wenn diese, ja, ich sag mal, Menge der gelösten Salze nicht richtig gemessen wird oder falsch ist oder wir einen falschen Wert haben, dann wirkt sich das auch konsequent auf unsere anderen Werte aus. So, kommen wir erst mal zu der, ja, ich sag mal, zu den Methoden, wie ich den Salzgehalt in meinem Becken messen kann. Klassisch vorab ist natürlich die Spindel. Kennt jeder von euch, hat jeder mal gehört. Ist ein recht gutes Gerät, muss man sehr sorgfältig mit umgehen. Das ist oben so ein kleines Papier, Papierchen drin, wo dann die entsprechende Skala drauf ist. Und die ist relativ genau. Relativ aus dem Grund, weil sie nur bei einer bestimmten Temperatur funktioniert. Nämlich bei 25 Grad. Das ist die Temperatur, bei denen diese Geräte geeicht wurden. Und wenn damit pfleglich umgegangen wurde und sie nicht zu viele Erschütterungen erfahren haben, dann sollte das Ganze auch noch stimmen. Nachteil bei diesen Geräten ist weiterhin, man braucht eine, in Anführungszeichen, relativ große Wassermenge, um dann dementsprechend diese Messung durchführen zu können. Je größer das Gerät, je größer die Spindel an sich ist, desto genauer ist die Messung. Je kleiner die Spindel ist, desto ungenauer ist die Skala, desto ungenauer ist der Schwimmkörper. Das ist dann alles so eine Kostenfrage. Es gibt viele, die vertrauen auf diese Monsterspindeln. Das sind natürlich Riesendinger. Da muss man natürlich auch eine ganze Menge am Wasser für haben, damit man damit überhaupt messen kann. Aber sie sind eigentlich ziemlich einfach, dann einzusetzen und abzulesen. In der Regel mit der Spindel messen wir die Dichte. Die Dichte sollte in der Regel zwischen 1.022 bis 1.024 liegen. Das wäre das erste Gerät. Das nächste wäre das Messen des Leitwerts. Verdammt. Leitwert Messgerät. Kennen wir im Prinzip von der Osmose her. Und bei der Osmose gehen wir ja im Prinzip nur hin und gucken, ist überhaupt noch was angelösten Salzen im Wasser drin. So, in der Regel sollte das bei der Osmose dann irgendwann so gegen 0 sein. Und bei einem entsprechenden Leitwert für unser Salzwasser, das muss ich jetzt auch eben ablesen, weil ich nämlich diese Werte nicht im Kopf habe, zwischen 51 und 53 Mikrosiemens. Bei den Leitwert Messgeräten ist es so, die Geräte sind präzise, die sind gut unter folgenden Voraussetzungen. A. Sie müssen dementsprechend regelmäßig gewartet werden, das heißt, sie müssen sauber gehalten werden, wie jedes Messgerät. Und sie müssen natürlich regelmäßig kalibriert und überprüft werden. Des Weiteren bringt so ein Leitwert Messgerät nur etwas, wenn wir das in Verbindung mit der Temperatur abgreifen. Also sprich, wie es jetzt auch beim Salinity Guardian von Reef Factory ist, kann ich euch mal eben kurz mit einblenden. Der hat einerseits die Sonde und der hat andererseits eine Temperaturfüllung. Beides lässt sich bei diesem Gerät kalibrieren und überprüfen und einstellen. Und anhand einmal des gemessenen Wertes und der abgegriffenen Temperatur kann einem das Gerät sagen, wo dann tatsächlich die Salinität, Dichte oder der Leitwert tatsächlich liegt. Also dieses Gerät kann zum Beispiel alle verschiedenen Varianten anzeigen. Ist recht praktisch, ist aber auch recht teuer. Und dafür, dass man es einfach nur mal abgreifen möchte, um zu wissen, passt meine Dichte ja oder nein. Meine persönliche Meinung, das ist ein schönes Spielzeug, ist aber für den Hausgebrauch nicht unbedingt notwendig. So, kommen wir zum dritten und letzten Gerät, was ich kenne. Das Refraktometer. Das Refraktometer ist im Prinzip ein Messgerät, was mir persönlich als Aquarianer am besten gefällt. Aus dem einfachen Grund, ich kann es einstellen, also ich kann es kalibrieren mit handelsüblichen Referenzlösungen und ich kriege einen relativ genauen Wert angezeigt. Nachteil an der ganzen Sache ist, ich muss tatsächlich jedes Mal im Vorfeld überprüfen, passt das, was ich da eingestellt habe. Weil diese Geräte, habe ich mittlerweile gemerkt, wenn sie nicht offen bei Raumtemperatur oder mit diesen 25 Grad Beckenwasser arbeiten, brauchen sie eine gewisse Zeit lang, bis sie tatsächlich genau anzeigen. Also niemals die erste Messung vertrauen, durchgucken, oh fuck, das ist jetzt bei, wie es in der Regel so ist, viel, viel zu hoch. Ich muss jetzt das Wasser versüßen. Habe ich mehrfach schon erlebt. Und dann geht man einfach hin, lässt das Gerät liegen, wartet, bis es sich ein bisschen aufgewärmt hat. Selbst wenn ich es aus der Schublade raushole, hat es eine andere Temperatur. Und das hat sich auch schon auf die Messungen ausgewirkt. Ich habe grundsätzlich immer hier eine Pulle von der Referenzlösung von ATI. Damit kalibriere ich das Gerät. Und selbst bei diesem Kalibrierungsvorgang ist es so, dass ich immer wieder noch Abweichung habe, bis dann eine gewisse Temperatur erreicht ist und dann passt das dann. Dann kann ich auch die Messung machen. In meinen Augen ist das ein Messgerät, dadurch, dass ich es kalibrieren und selber einstellen kann, ist es eines von den Messgeräten, die ich empfehlen würde. Hat aber natürlich die Problematik, dass man halt das jedes Mal überprüfen sollte und sich nicht direkt auf das Gerät verlassen kann. Also ihr seht, es gibt unterschiedliche Geräte und unterschiedliche Messmethoden. Habe ich aber hier und da dann auch schon erklärt. Kommen wir jetzt zu dem, warum ich diesen Teil hier eigentlich mache. Und zwar geht es sich ja im Endeffekt darum, wie wichtig ist uns die Dichte bzw. der entsprechende Salzgehalt in unserem Becken und was sagt er über mein Gesamtsystem aus. Grundsätzlich ist es so, wenn ich andere Werte messe, ob es jetzt der KH ist, ob es jetzt das Calcium ist, Magnesium etc. Mal abgesehen von den Nährstoffen. Also wir reden jetzt nur vom Kalkhaushalt und von den gelösten Salzen und nicht von den Nährstoffen. Die sind uninteressant in diesem Teil. Wenn mein Wert nicht passt oder wenn ich den falsch ablese, dann stimmen, dann ist das ein Rattenschwanz, dann stimmen auch die Folgewerte nicht mehr. Weil die sich natürlich aufgrund einer veränderten Dichte und somit einer veränderten Gesamtmenge im Wasser natürlich verändern. Habe ich eine geringere Dichte, habe ich auch einen geringen Calciumgehalt, ich habe einen geringeren KH etc. Das ist ein Rattenschwanz. So, deshalb ist es hier bei diesem Wert genauso wichtig, wie bei allen anderen Werten, dass ich ihn genau abgreife. Deshalb habe ich euch auch im Vorfeld die verschiedenen Messmethoden und Messmöglichkeiten nochmal aufgezählt, damit ihr wisst, warum und wie ich am besten damit umgehen kann, weil es auch wieder ein Wert ist, der für uns, ja, wie der KH, wie der PH etc. pp. für unser Becken lebenswichtig ist. Es ist wichtig, dass wir diesen Wert so konstant wie möglich halten, damit wir auch konstante Messwerte hinten rausbekommen. Wenn ich diesen Wert bei einem veränderten Bereich, ich sage jetzt mal, nur um ein halbes DKH, also sprich um einen halben Punkt abweiche, dann habe ich natürlich auch von den anderen Messergebnissen, kann ich dann ausgehen, dass sie definitiv anders sind. Also, Grundsatz Nummer 1, die Dichte muss stimmen. Oder je nachdem, womit ihr messt, die Salinität. Ja, alles in allem, war das eigentlich schon wieder. Und ich hoffe, ich konnte euch das ein kleines bisschen näher bringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Peter. Ciao. Ich zähle auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020